Hier kommt er uns natürlich gleich entgegen, ist klar. Hier würde er uns auch wieder entgegen kommen. Hier ist auch direkt wieder Sandstein, alles klar, alles klar. Das ist gut. Das ist gut, dann können wir uns hier nur so einen kleinen provisorischen Weg mal runter bauen. Nehmen wir gleich wieder ein bisschen Sandstein mit. Ist ja immer die große Frage, wofür brauchen wir es, aber den Nutzen werden wir uns schon... Der Nutzen wird sich schon ergeben. Da muss man nur eine Chance geben. Das ist immer ganz wichtig. So, hier noch eine Fackel hin. Wir werden sowieso von uns dann überrascht, ob wir es wollen oder nicht. Wäre nur schön, wenn das nicht unbedingt passiert, während wir hier auf der Klippe hängen. So. Das Gute ist, hier an den Außenwänden können keine Monster spawnen. Wir können nur oben gerade spawnen. Und dort haben wir ja auch schon einige Fackeln hingestellt. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück und es kommen hier im Umkreis gar nicht so viele Monster zustande, die uns dann gleich jagen. Ich versuche auch nicht so aufgeregt zu sein, deswegen. Immer leichter gesagt als getan. Hier noch was abbauen. Da haben wir noch Sandstein. Okay. Können wir hier, glaube ich, noch einen tiefer. Und da können wir noch einen tiefer. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das sieht so aus, als wäre es gewollt. Die ganzen Materialien, die da jetzt rumliegen, die werden wir auf jeden Fall auch noch einsammeln. Warte, warte, warte. Ich nehme halt das Ganze hier gleich weg. Eine Fackel muss hier noch in die Ecke. Es ist sonst ein bisschen dunkel. Weiß auch immer nicht, wie das bei YouTube zum Schluss dann wirkt. Gefühlt ist es ja bei YouTube so, dass Videos immer dunkler werden, wenn man sie erst mal hochgeladen hat, als sie hier am Bildschirm ausgesehen haben. Ich glaube, nach ganz oben, nach ganz oben alles abbauen kann ich nicht mehr. Ah, und ich mache es trotzdem. Okay. Alles klar. Da haben wir aber noch ein schwarzes Vieh-Eck. Oh, warte. Ey. Ach schon. Genau. Danke. Irgendwas höre ich jetzt gerade jaulen. Das klingt ganz merkwürdig. Oha. Ist das ein... Ach, das ist ein... Oh Gott, das sah gerade ganz komisch aus. Das sah gerade richtig heftig aus. Nicht einfach nur wie so ein Skelett, was... Was hier ein bisschen rumläuft. Das sah richtig wie... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie so eine Mischung aus Skelett und Enderman. Ei. 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 Oh, ist das fies. Okay. Ich glaube, das habe ich ganz souverän gelöst. Ich bin recht zufrieden mit mir. Komm mal her. Popel. Kleiner Poppel. Hier und da. Was brummt denn hier so? Wehrwolf direkt. Oh, für Steine. Ich weiß gar nicht, ob der da runterkommen kann. So. Hier nehmen wir noch die Steine weg. Ich habe jetzt gerade wieder Eisen gesehen. Das nehmen wir mit. Ach ja, ist es nicht schön. Der Mond scheint. Die Sterne funkeln. Das Jaulen von Wehrwülfen in der Ferne. Jetzt ist es zu schön. Ich freue mich. Oh. Hä? 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 What? Alter. Bist du gerade hinter mir einfach gespawnt? Hä? Den Stein da habe ich ja gerade gar nicht gecheckt. Greifen uns die Steine an? Alter. Sieht der gefährlich aus. Übel. Ich glaube aber, wenn ich den angreife, dann schreit er auch los. Dann sagt er von wegen... Warte, warte, warte. Kann ich den überhaupt verletzen? Oh. Wollte er wirklich zu mir rübergesprungen kommen. Wo ist denn der Granit? Achso. Ne. Hä? Also irgendwo war ja hier jetzt gerade so ein Stein, bei dem was ganz komisches da drunter stand. Weiß gar nicht. Ne, das seht ihr immer nicht. Das steht quasi direkt hinter mir. Dafür müsste ich mich dann doch ausschalten. Da stand irgendwas mit Enemy. Also Feind. Das weiß ich wenigstens, dass das Feind heißt. und ja, anscheinend gibt es hier sogar Blöcke, die einen angreifen können. War mir so nicht bewusst. Aber dann doch gut zu wissen. Die Gefahr ist real, Leute. Die Gefahr ist real. Will ich mal so sagen. Okay. Hier ist noch Kohle ohne Ende. Hier ist Eisen. Mikmatid. Mikmatid heißt das Zeug. Ja, wo wir gerade dabei sind, dass man mich ja die ganze Zeit sieht hier im Let's Play. Könnt ihr mir gern mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so besser findet oder ob ihr lieber alles von der Welt nur sehen wollen würdet. Diese Frage beschäftigt mich ja jederzeit. Wie sinnvoll ist die Facecam wirklich? Wird sie dringend gebraucht? Oder ist sie dann doch nicht so wichtig? Und es geht eigentlich viel mehr ums Spiel. Weil im Endeffekt mache ich ja auch nicht viel in der Facecam, ne? Zwischendurch mal große Augen. Und das war's. Mir persönlich würde es insofern natürlich helfen, dass ich mich doch ein wenig mehr entspannen kann während des Let's Plays. Ein wenig... Ich könnte mich ein wenig zurücklehnen quasi und einfach das Ganze auf mich zukommen lassen. Müsste jetzt hier nicht so gestriegelt sitzen. Nur weil... Ich meine, das ist mein eigener Anspruch auch gewesen, zu sagen von wegen, hey, wir sind ja auch Zocker mit Stil. Was jetzt nicht unbedingt auf die Klamotten, äh, ja, zu schließen ist. Das, das will ich gar nicht sagen. Ne, also, ich trage jetzt hier auch keine übelsten Markenhemden oder Markenfliegen oder keine Ahnung was. Das ist, äh... Das ist alles so... So, so... Also, es sind jetzt auch keine Billigprodukte. Weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken möchte, äh, soll. Wie ich das ausdrücken möchte oder ausdrücken soll. Bin zufrieden mit dem, was ich habe. Sagen wir's mal so. Bin ja nun mal ein kleiner, armer Azubi. Was soll man da machen? Ne, aber wie gesagt, wenn, äh, ihr dann so eine Meinung zu habt, letztendlich, wie dringend erforderlich es denn doch ist, hier eine Facecam in diesem Let's Play mit drinnen zu haben, dann schreibt's doch mal bitte in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Äh, wir können ja auch einfach mal eine kleine Diskussion starten, insofern. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das so zu lassen, wie es ist. Das muss ich jetzt natürlich an dieser Stelle auch nochmal, äh, sagen. Das will ich nicht unerwähnt lassen. So, den Marmor nehmen wir gleich mit. Marmor finde ich persönlich ziemlich schick. Auf seine Art und Weise. Das Gute ist, er verändert, glaube ich, sein Aussehen überhaupt nicht. Egal... Egal, was man damit macht, ne? Also, wenn ich das jetzt so abbaue. Ja. Genau, er verändert sein Aussehen überhaupt nicht. Das finde ich klasse. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt die ganze Zeit mit der Eisenspitzhacke abbaue. Eigentlich ist es sehr, sehr unklug, weil... Wenn wir auf einmal auf Diamanten doch stoßen sollten, was wir natürlich auf dieser Höhe kaum bis gar nicht machen werden, ähm... Dann können wir diese Diamanten nur mit der Eisenspitzhacke abbauen. Ja, und gerade sowas wie Kohle zum Beispiel brauchen wir definitiv nicht mit einer Eisenspitzhacke entfernen. Das geht natürlich alles viel schneller. Aber, wie das bei Minecraft so ist, bei diesem Let's Play vor allem, so wie ich mir das gedacht habe, geht es nicht um Geschwindigkeit. Es geht einfach nur um das blanke Überleben. Ähm... Ne, um den Chill-Modus. Es geht so... Das ist so eher so Sonntags-Chill-Modus oder sowas. Wo man, wenn man die Woche über es nicht geschafft hat, die Folgen zu schauen, einfach mal alle Folgen so nach und nach bei sich ergehen lassen kann. Und einfach mal abschalten. Ähm... Alles so sein lassen, wie es ist. Und einfach mal sagen, leckt mir die Füße. Ich mach heute gar nichts. Bin jetzt hier im Urlaub. Quasi. Und schaue Minecraft Let's Plays. Auf die guten alten Zeiten quasi. Wie gern... Würde ich doch nochmal die Zeit zurückschrauben. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das Spiel rauskam. Ist immer wieder mal Thema. Aber wie gern würde ich doch die Zeit zurückschrauben. So 10 Jahre, glaube ich, mindestens. Um Minecraft wieder von Anfang an komplett zu erleben. Das war ja eigentlich auch der Ansatz, den ich verfolgt hatte. In dem alten Let's Play. Wo es ja dann diese 1-Stunden-Folge gleich am Anfang gab. Mit dem Live-Fake. Wo ich ja nicht die Möglichkeit hatte, live zu sein. Obwohl Minecraft Sunday war und so. Ist ja jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr her. Aber die 7 Monate Pause gehen natürlich nicht an einem spurlos vorbei. Denn die Daten von dieser Welt, die sind alle weg. Alle Daten sind einfach weg. Und deswegen mussten wir ja jetzt dann dieses neue Let's Play starten. Worüber ich nicht unglücklich bin. Das möchte ich gar nicht so sagen. Aber es ist... Ich wäre auch sehr zufrieden damit gewesen. Einfach bei den bisherigen Projekten beibleiben zu können. Bei den vorherigen Projekten einfach weitermachen zu können. So. Die Holzspitzhacke haben wir dann endlich mal aufgebraucht. Ist ja für mich im Moment so... Ich kann das ja nicht einfach liegen lassen oder wegschmeißen. Das muss schon verbraucht werden. Dann haben wir hier auch ordentlich Marmor mitgenommen schon mal. Finde ich sehr, sehr geil. Bisschen Kohle noch mitgenommen. Eigentlich könnten wir ja in der Zwischenzeit mal was machen. Ich setze mal ganz schnell die Werkbank hin. Gerade wo wir das Thema hatten. Moment. Ja. Jetzt musste ich gerade kurz überlegen, wie wir den Ofen machen. Wo wir das Thema gerade hatten, dass ich die Eisenspitzhacke hier verbrauche. Stelle ich mir mal ein bisschen Eisen her. Und mache einfach mal noch eine neue Spitzhacke. Eine neue Eisenspitzhacke. Dann kann ich die alte nämlich aufbrauchen. Und wir können direkt mit der neuen weitermachen. Beziehungsweise sie dann übrig behalten für... So. Reicht schon. Für eventuell... Äh... Auftretende Diamanten. Das wäre ja... Das wäre ja ein Traum. Das wäre ja ein absoluter Traum. Würde mich so freuen. So. Ofen. Lassen wir alles stehen hier. Äh... Ne. Können wir gar nicht. Die... 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 Die Werkbank brauche ich auf jeden Fall. Aber den Ofen lassen wir hier stehen. Steine finden wir noch zuhauf. Und dann drücken wir uns in der Zwischenzeit mal zwei Burger rein, glaube ich. So. Hier noch eine Fackel hin. Noch ein Nebengang. Also neben diesem Gang ist noch ein Gang. Okay. Hier ist noch mehr Kohle. Nehmen wir mit. Kohle ohne Ende. Also äh... Vor Kohle können wir uns schon wieder kaum retten. Das genialste an Kohle ist definitiv, dass es Erfahrungspopel mit sich bringt. Und das nicht gerade wenig. Wir sind jetzt schon wieder auf Level 20. Moment, ich mach mal hier eine Fackel hin, sonst seht ihr wieder nix. So Leute, das war wieder spannend. Ihr habt noch nicht genug? Drückt den Abo-Button. Schaut euch das nächste Video oben rechts oder ein Video, das der Algorithmus für euch ausgesucht hat, an. Außerdem verpasst dem Video gern einen Daumen hoch und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.